Mit Michelle und Eric Filippi ist die deutsche Musikwelt um ein Traumpaar reicher. Bei der »Schlager-Strand-Party« stand die 51-Jährige allerdings ohne ihren Freund auf der Bühne. Gelsenkirchen, es war die Liebessensation im deutschen Schlager, nachdem die Gerüchteküche um eine Beziehung der beiden bereits mächtig befeuert wurde. Bestätigten Michelle, 51, und Eric Filippi, 26, Anfang Juli bei Florian Silbereisens, 42. Schlagerboom Dass sie ein Paar sind, berufliches und privates trennt man inzwischen allerdings offenbar ganz strikt. Denn im Amphitheater Gelsenkirchen, wo bereits Mitte Juli die »Schlager-Strand-Party« aufgezeichnet wurde, stand Michelle allein auf der Bühne und beformte ihren Hit »Paris«. Eric Filippi hatte man für die ARD-Sendung allem Anschein nach diesmal nicht angefragt. Trotzdem wurde die Beziehung der beiden in der Show thematisiert. Mit deinem Auftritt beim »Schlager-Boom«, Open Air hast du für einige Schlagzeilen gesorgt. Lachte Florian Silbereisen seinen Gast nach der herzlichen Begrüßung an. Michelle bejahte »Liebe lebt«, freute sich die Schlagersängerin und beantwortete im Anschluss mehrere Fanfragen, in denen es allerdings weniger um Eric Filippi als vielmehr um die Karriere der Ex von Matthias Reim, 65, ging. Für Michelle war es der erste TV-Auftritt nach ihrem überraschenden Liebes-Outing. Offenbar will das neue Schlager-Traumpaar sich bewusst nicht als solches inszenieren, sondern setzt weiterhin größtenteils auf die eigene Solo-Karriere. Wie seine Partnerin tritt Eric Filippi im August ebenfalls alleine auf. Für »Immer wieder sonntags«, am Sonntag, 13. August, ist der 26-jährige Nachwuchs-Star ohne Begleitung angekündigt. Untertitelung des ZDF für »Immer «Find»! Vielen Dank.